Hallo Leute, heute ist der 29. September 2020. Heute war Corinna da. Wir waren ein paar Mal draußen, weil sie rauchen war und haben Kaffee getrunken, getratscht und Spaß gehabt. Ja, zuerst war ich ziemlich müde, dann sie. Aber es war trotzdem ganz interessant und lustig. Es gibt nicht so viel Neues im Moment. Am Freitag habe ich ein Telefongespräch mit Kerstin. Das habe ich heute ausgemacht, weil wir hier jetzt wieder nur Telefonkonferenzen haben. Am 13. Oktober bin ich bei Christoph. Und bis dahin müssen wir den Zettel vom Rasperger ausfüllen lassen. Ich hatte den Katheterwechsel, aber der war ganz okay. Ähm, hat nichts zu mir getan. Aber es geht. Ähm, sonst fällt mir eigentlich nichts noch ein. Irgendwie passiert in letzter Zeit sehr wenig. Na gut, dann diesmal ein ganz kurzes Video von mir. Gute Nacht. Hab euch lieb. Ciao. Eure Ines.